Bildungsniveau und Moral hängen nicht einmal zusammen. Das stimmt, aber was ist passiert? An meinem College gibt es eine ältere Katze namens Lofi. Er besucht jede Klasse, aber wenn es um Mathematik geht, L-O-F-I wird ohnmächtig. Omk-Er ist wie ich F-R-F-Er. Und das ist so süß. IK-Er, aber ich habe erst heute herausgefunden, dass er verlassen wurde. Oh. Der Besitzer von Lofi war ein Student, der seinen Abschluss machte, aber er ist einfach gegangen, ohne Lofi mitzunehmen. Diese Leute machen mir wütende Probleme. Er hat viel durchgemacht, verlassen worden, aber immer noch er versteckte seine Wunden und lebte optimistisch. Es wäre schön, wenn er sein eigenes Zuhause. Keine Sorge, jetzt lebt Bruder sein bestes Leben wie die Kardaschians, jeder kennt ihn und füttert ihn gerne und er ist jetzt eine Fahrt Bio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.